Hallo, was machen Sachen? Wie im Titel sieht, habe ich zwei Überraschungen. Der ist natürlich eine kleine Hundi, eine davon. Ich habe sie mir wie ein Hundi besorgt, wie ein kleiner Lola. Bei dem Lecken muss ich die nur abgewöhnen. Jetzt mein neues Hundilein. Die haben wir über einen Tierschutzverein gekriegt. Die ist seit dieser Woche bei uns. Die wird man wahrscheinlich auch auf 14 Videos sehen, wenn sie nur mal kurz Hallo sagt. Ich habe schon versucht, das Video so aufzunehmen, aber sie wollen unbedingt mit ins Video. Ich sagte, ja warum auch nicht? Zeig dich doch mal, kleiner Hund. Und das zweite ist, ich habe ein neues Paket. Wunderschön eingepackt. Wollen wir das aufmachen? Nimmst du mir dabei? Ne, willst du die Post-Up-Zettel haben? Die sind viel interessanter. Ah, jetzt. Machen wir es auf? Mal gucken, was drin ist. Vorsichtig hantieren, Messer und Mund. Mach die Nase weg. Ja, ich will dir deine Nase nicht abschneiden. Musst du das aufkrauen? Ja, probier mal. Geht das? Mach die Nase weg. Alles nicht so einfach. Ich hatte auch null Berührungsängste. So, haben wir es auch. So, dann gucken wir mal was auf. Ich sehe schon, ist es auch seinen Rahmen gefallen, aber jetzt ziehen wir wieder hin. So, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Ja, die macht es mir nicht einfach. Oh, du bist du jetzt. So, da. Oh, dein Rahmen. Da kommt das wahrscheinlich alles rein. Ist hier noch irgendwas? Ach, die Nase. Ah, ne Maus. Meine Maus funktioniert ja nicht so richtig. Vielen, vielen Dank. Ja, guck. Ist meine Maus. Du sollst dir nichts anfressen. Ist ja nicht so, dass du nichts hast. Weder Spielzeug, noch Futter. Der arme Hund kriegt ja nichts. Geht's vielleicht in den Cut-On? Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Dann basteln wir das kurz nochmal zusammen. Haben sie wahrscheinlich, wenn du die Verankerung genommen hast. Jetzt habe ich auch zwei Hände zu wenig. Und das ist einfach nur drauf. Wie wird das festgelegt? Ah, das wird ja einfach nur so reingeklemmt. Aha. Verstehe. Wie ist denn? Willst du runter? Gleich. Ich habe gerade die Hände voll. Erst willst du nur drauf und jetzt willst du runter? Ja. Weißt du nicht, was du willst? Doch nicht? Weißt du nicht. Kann sich nicht entscheiden. Aber wir haben hier. Schön gebastelt. Das ist von Kumi. Ja, guck. Und, willst du gut? Ich glaube, der ist angenommen. Schmeckt der? Kann man das eigentlich sehen? Das spiegelt ein bisschen drauf. Da kann mein Computer drin sehen. Jetzt ist mein Bett. Jetzt erspiegelt mir die Lola von der anderen Seite. So. Nein, ist meine Maus jetzt. Du bist auch so gar nicht nurjährig. Danke, danke, danke. Echt cool von dir. Und? Sagst du auch Danke? Ich glaube, das kann man auch als Danke werten. Nehme ich jetzt mal an. So. Dann mit Tschüss. Tschüss. Ich meine, die Nase. Das ist eklig.